Hallo liebe Kunden, liebe Mitarbeiter und alle Interessierten. Mein Name ist Olaf Balzer, ich bin Inhaber der Bäckerei Balzer. Wir haben uns für diesen Weg der Kommunikation entschieden, weil wir meinen, auf diesem Wege das größte Interesse zu finden, weil das gesprochene Wort in Bild und Ton erricht die meiste Aufmerksamkeit. Wir alle leben in einer Zeit großer Unsicherheit. Für mich sind die Fragen einfach im Moment, was ist nächste Woche, was machen wir nächsten Monat und wie sieht es in einem halben Jahr bei uns aus? Wir führen unser Unternehmen sehr transparent. Das heißt, wir wollen gerne, dass Mitarbeiter und Kunden hinter die Kulissen gucken können und wissen, was wir machen. Wir wollen also informierte Kunden, aber auch informierte Mitarbeiter haben. Wir Bäckereien sind als systemrelevant erklärt worden. Das heißt, wir stellen Backwaren her und dürfen deswegen auch die Läden weiter öffnen. Haben aber einen Umsatzrückgang momentan auf bestehender Fläche von minus 40 Prozent. Das gilt es im Rest des Jahres wieder aufzurumeln und es wird von Tag zu Tag schwerer. Mein Optimismus sagt mir, dass ab Ende April die Zeiten wieder besser werden. Nicht nur für die Bäckerei Balzer, sondern insgesamt für unsere wirtschaftliche Umgebung. So, dass es ein Aufatmen geben wird und wir vielleicht gegen Ende des Jahres zur Normalität zurückkehren können. Ich danke fürs Zuhören. Hallo, ich bin Carsten Paustian, Controller bei der Bäckerei Balzer. Die Bäckerei Balzer ist ein sehr gut aufgestelltes Unternehmen. Wir haben auch letztes Jahr wirklich ein sehr gutes Jahr gehabt, haben also Reserven. Jetzt kommt die Corona-Krise. Wir haben schon um die 300.000 Euro Umsatzeinbruch, aber man muss sagen, wir haben hier Unterstützung vom Staat. Es ist so, dass da die Steuern gestundet werden. Die Sozialversicherungsbeiträge haben wir auch beantragt, dass die nicht zu zahlen sind. Und dann haben wir unsere tollen Mitarbeiter, mit denen haben wir gemeinsam Kurzarbeit auch vereinbart. Und hier möchte ich an dieser Stelle auch sagen, wir haben hier eine Hausbank, die uns hier unterstützen wird. Deswegen bin ich mir ganz sicher, dass wir diese Krise gemeinsam überstehen werden. Natürlich habe ich mir den Einstieg in das Unternehmen etwas anders vorgestellt. Die Umstände kann man sich ja nun leider nicht aussuchen. Trotzdem machen wir die letzten Monate, in denen ich jetzt wirklich viele Mitarbeiter in ganz verschiedenen Abteilungen kennengelernt habe, die machen mir wirklich Mut, weil die Leute, mit denen man da zusammengearbeitet hat, die sind echt super. Und ich glaube echt, dass wir da gemeinsam wieder rauskommen, tatsächlich. Moin, 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 liebe Kunden, liebe Polizei, mein starkes Team und ich aus dem Distro Heide am Markt möchten uns ganz herzlich bei Ihnen bedanken für Ihre tolle Unterstützung und vorbildliche Abstandshaltung. Es ist uns eine Freude für euch, jeden Tag unsere frische Ware mit einem freundlichen Lächeln und gut gelaunter Stimmung anbieten zu können. Hallo, mein Name ist Franzi. Ich bin die FIA-Leitung aus Meldorf. Auch ich möchte mich auf diesem Wege recht herzlich für unseren Kunden bedanken und an meine Arbeitskollegen, die jetzt in dieser schweren Zeit so toll zusammenhalten. Dankeschön. Hallo, auch ich möchte gerne noch ein paar Worte sagen. Ich möchte Danke sagen an unsere Kunden, die uns so treu zur Seite stehen. Und vor allen Dingen Danke an unsere Mitarbeiter, die wirklich zu 100% hinter der Bäckerei beizuerstehen. Wir haben vor einiger Zeit in einem Workshop mit so ein paar Mitarbeitern zusammen einen Wertebaum erstellt. In diesem Wertebaum haben wir viele Wurzeln, Äste und eben auch Blätter verankert, die uns selber als sehr, sehr wichtig erscheinen. Und gerade in dieser Zeit haben wir uns eins ausgesucht, menschliches Miteinander. Menschliches Miteinander, das zeigt sich jetzt, es werden so ältere Menschen in der Nachbarschaft gefragt, ob sie Hilfe benötigen. Oder eben auch Teamgeist. Gemeinsam sind wir unschlagbar. Oder eben auch Zusammenhalt. Jetzt eben gerade in schlechten Zeiten, dass wir jetzt zusammenhalten und zeigen, wer sind wir eigentlich. Wir von der Bäckerei Balzer wünschen unseren Kunden und natürlich auch unseren Mitarbeitern, bleiben Sie bitte gesund und munter. Und dann sind wir gerne wieder für Sie da und haben dann wieder unser leckeres Frühstück und eben auch unser Rührei und wir bedanken uns einfach und ja, bis dann.